Hallöchen und herzlich Willkommen zur 31. Folge Let's Play Pokémon World Online und wir sind hier in der letzten Arena und in der letzten Arena sind Drachen Pokémon. Die Pokémon, die hier am Start sind und die sind ein ganz schön hohes Level und diese Arena werden wir höchstwahrscheinlich mit unserem Nidoking durchziehen müssen. Beziehungsweise, ich gehe davon aus, dass diese Arena ganz schön schwer für uns sein wird. Aber wir geben uns Mühe. Leute, ich glaube, wir werden definitiv mehrere Versuche brauchen, um das hier zu schaffen. Weil ich glaube, der Gegnerische, also der Arenaleiter aus dieser Arena ist ganz schön brutal stark. Feuerattacken und Elektroattacken sind hier nicht sehr effektiv. Was bedeutet, unser Feuer-Pokémon und unser Elektro-Pokémon können wir hier nicht wirklich verwenden? Flugattacken, Bodenattacken und so weiter sind normal. Das bedeutet, Nidoking und Tauboss sind hier in der Arena die Pokémon, die wir zu verwenden haben. Und ich tendiere eben zu Nidoking, weil Nidoking die stärkste Attacke hier von den beiden eben hat. Das ist Erdbeben und Fuchtler. Das wollen wir uns fangen. Aber ich glaube, bis wir das haben... Das war easy. Bis wir das so haben, wie wir das wollen, dauert das noch ein bisschen. Also müssen wir das ähm... Seedra King haben. Oh! Hohohoho! Ja, Jay, komm hoch! Mann! 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......